So, ich hätte jetzt gesagt, hier runter. Unklarer Ort gefunden. Wartend Materialplatz. Wir könnten hier in den geheimen Dungeons, die könnten schon mal ein bisschen schwieriger sein. Oder da müsste man irgendwas geiles trocken. Das stimmt, so ein bisschen über der Weltzimmer, das stimmt. Okay, das war's für die Folge, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.